Ich würde damit anfangen, weil das ist kurz und interessant, nämlich Linksliberale machen Kritik am Islam mundtot. Seht ihr das? Linksliberale, die Welt greift jetzt Linksliberale an. Manchmal schaue ich mir das Geschehen da draußen an und ich denke mir, kann es sein, dass alle uns hier schauen? Kann es sein, dass uns alle hier schauen und einfach alles kopieren, was wir machen? Langsam ist es so, oder? Jedes Mal, wenn wir über etwas reden, so kurze Zeit danach fangen alle an, darüber zu reden. Das ist fucking crazy. Was ist hier unsynchronen? Was ist das desynchronisiertes? ... zu massiven Protesten gegen das Mullah-Regime. Trotz Zensur tauchen Videos in den sozialen Netzwerken auf, die zum Beispiel hier Schülerinnen bei der Vertreibung eines Mannes aus ihrer Schule zeigen. Der Protest erstreckt sich bis jetzt nicht nur auf die Großstädte, sondern findet auch in den Provinzen statt. Auslöser der Demonstrationen ist der Tod einer jungen Frau, die wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Kleiderordnung in der Haft verstarb. So, also, mein Statement zur Iran-Krise, Krise, Protesten, Iran-Protesten. Ich finde, dass diese Wichser, die anderen Menschen vorschreiben wollen, was sie zu tragen und nicht zu tragen haben, ich finde, diese Leute sollte man einsperren. Ich finde, diese Leute sollte man hart bestrafen und nicht die Leute, die irgendwas tragen, was irgendwem nicht passt, was sie tragen. Ich finde, niemand sollte jemals jemandem vorschreiben dürfen, was er zu tragen hat und nicht zu tragen hat. Trage es doch, trage es nicht, das ist einfach deine Sache, was hast du damit zu tun, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie fucking tragen. Ich bin natürlich selbstverständlich dafür, dass diese jungen Frauen Freiheit haben, dass alle Menschen Freiheit haben und dass irgendwelche da unsekulären Scheiß-Regierungen, FKK für alle, genau. So, ja, und dass irgendwelche da religiösen Regime da irgendwem was vorschreiben, halte ich für vollkommen lost. Ja, selbstverständlich, keine Frage. Natürlich, ganz klar. Ja, so, ja, aber Erwin, wenn es doch eine Sünde von Gott ist, ja, dann soll sich Gott darum kümmern und nicht du. Wenn es Gott gibt und Gott gesagt hat, du sollst nicht so sein, du sollst so sein, ja, dann lass doch die Menschen so sein oder nicht so sein. Gott wird sich schon um sie kümmern. Was hast du dich einzumischen? Was hast du dich einzumischen? Ja, der Punkt ist, die wollen sich aber einmischen, weil Religionen auf diese Art, wie es hier praktiziert wird, sind natürlich nur ein Machtinstrument. Ja, diese Religionen, wie sie hier performt werden, ist einfach nur ein Machtinstrument, nicht mehr und nicht weniger. Es geht einfach nur darum, dass die Religion dafür benützt wird, Menschen zu knechten. Mehr, mehr, mehr ist nicht dahinter. Ja, so. Ja, das heißt, ich bin für die Freiheit von diesen Frauen, ich finde die Proteste richtig und ich finde diese Leute, die da an der Macht sind, sollten aufhören, damit so fucking lost zu sein. So, jetzt pass mal aber auf. Wir müssen uns fragen, warum sind diese Leute an der Macht? Wie sind die Leute an die Macht gekommen? Und da werden wir natürlich, wie immer, in der Weltgeschichte, sobald du zurückgehst und dich fragst, warum sind Arschlöcher an der Macht, kommst du irgendwann darauf, weil die USA sie installiert hat, mehr oder weniger. Weil die USA da mitgespielt hat, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ohne die USA wäre das alles nicht so, wie es ist. Weil wenn du dir Afghanistan anschaust, wenn du dir Iran anschaust, wenn du dir alle diese Länder anschaust, die haben ein sehr aufgeklärtes, normales Leben geführt, so wie wir. Also die haben ein ganz normales Leben gehabt, wie wir, alles war in Ordnung. Und dann irgendwann einmal kommen die Amerikaner, stürzen die Regierung, weil sie ihnen nicht passt, installieren irgendwelche Diktatoren, irgendwelche South Battle, wie wir in Wien sagen. Und diese Leute terrorisieren dann die Menschen und dann stehen einfach die Amerikaner da und sagen, das gibt es ja gar nicht. Das heißt, deswegen sind die überhaupt an der Macht, wegen den scheiß Amerikanern. So, jetzt, das ist der erste Punkt, wegen der amerikanischen Regierung. Das ist einfach der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum gibt es so eine große Empörungswelle hier bei uns darüber? Warum wird einfach die ganze Zeit bei uns darüber geredet? Und deswegen, weil man einen Regime-Change in der Hand will. Der Punkt, warum sich sozusagen der Westen darüber hinweg moralisiert und solidarisiert, der einzige Grund ist einfach, weil man gerne einen Regime-Change hätte im Iran. Es ist einfach, wer glaubt, wer glaubt, dass diese westlichen Politiker da draußen auch nur einen halben Fick darauf geben, wie es den Leuten im Iran geht, wie es den Frauen im Iran geht oder wie das Wohlbefinden dieser Menschen ist. Nein, tun sie nicht. Ihnen geht es nur um die fucking Politik. Ihnen geht es nur darum, dass einfach Iran ein Dohan im Auge ist und dass so oder so Iran einfach, dass es in Iran ein Regime-Change gibt. Das ist, worum es ihnen geht. Ihnen sind die Menschen vollkommen egal. Ihnen ist vollkommen egal, ob all diese Menschen sterben oder nicht. oder unterdrückt werden oder nicht. Wenn es ihnen passt, dann jubeln sie, dass die Menschen unterdrückt werden. Dann macht es ihnen nichts aus. Ich meine, ihr liefert ja jetzt seit neuesten Waffen an Saudi-Arabien. Ich meine, wie geht es den Frauen in Saudi-Arabien? Wie geht es den Frauen in Saudi-Arabien? Und man liefert Waffen an Saudi-Arabien. Was ist mit Jemen? Und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt nicht so viel Moral. Oder Katar zum Beispiel, wenn man Gas aus Katar braucht. Dann ist die Moral nicht mehr so wichtig. Aber Iran hingegen. Iran ist sehr problematisch, weil Iran ist im Zusammenschluss mit den Chinesen und den Russen und den Indern und so weiter. Die bauen da sich ein zweites NATO. Die bauen sich da eine zweite Verbindung da drüben in Asien. und das ist sehr unangenehm wegen dem Iran. Außerdem ist der Iran sehr unangenehm für Israel natürlich. Iran ist auch insgesamt sehr unangenehm dort in der Region, weil es das einzige Land ist, in dieser Gegend dort, die die Amerikaner noch nicht eingenommen haben. Und das mögen die Amerikaner. Amerikaner mögen sowas nicht. Amerikaner mögen es nicht, wenn es Länder gibt, die sie nicht eingenommen haben. Das können sie nicht leiden. Und das ist einfach der Punkt, den ich sozusagen anbringen möchte und wo ich warnen möchte, dass wenn ihr da draußen seht, wie irgendwelche Politiker und irgendwelche Leute sich solidarisieren und sagen einfach so, ja, die armen Frauen in Iran, wir müssen jetzt stark sein und auf jeder Seite stehen, das ist alles Bullshit. Ja, natürlich muss man auf der Seite von diesen Frauen stehen, aber diese Wichser, die davon reden, diese Kapitalisten und diese ganzen Politiker und so, das ist einfach vollkommen lost. Es ist einfach denen zu glauben, dass sie ernsthaft hinter den Menschen stehen, come on, einfach, ja. Das ist einfach lächerlich, das zu glauben. Das ist einfach fucking lächerlich. Ja, es geht ihnen nicht darum. Es geht ihnen nicht um die Menschen. Ich weiß, dass es euch um die Menschen geht. Mir geht es auch um die Menschen. Natürlich sollten die Frauen im Iran frei sein, aber so dem Westen zu glauben, dass er sich dafür interessiert, wegen Menschenrechten. Ha, 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 ha. Ja, klar, natürlich. ...polizeiaufgebots und zahlreicher Tote gehen die Aufstände weiter. Die iranische Führung wirft dem Ausland vor, hinter den Protesten zu stehen. Und das ist ein Thema, das wir hier nochmal am Tisch vertiefen wollen mit Anna Schneider, die jetzt hier bei uns ist, unsere Schäufe-Reporterin für den Bereich Welt und Freiheit insbesondere. Anna, vielleicht nochmal ganz kurz, um das auch hinzuzufügen, der Auslöser, die junge Frau, die ist nicht einfach verstorben, die ist im Prinzip totgeprügelt worden und sie ist nicht die Einzige. Da sind noch etliche dazugekommen mittlerweile. Es gibt Reaktionen aus der ganzen Welt. Es gibt welche hier in Deutschland und die hast du dir genauer angeguckt. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Naja, dass manche Reaktionen schon ein bisschen frappierend sind, oder? Also wir haben ja jetzt schon seit Jahren... Die landesweiten Proteste in Bulgarien hat doch in Deutschland auch niemand interessiert, weil Borisov ein großer CDU-Freund ist, genau wie Aliyev in Aserbaidschan, gibt halt immer gute Diktatoren und schlechte Diktatoren. Jaja, klar. Gute Diktatoren sind die Diktatoren, die für uns arbeiten. Schlechte Diktatoren sind die Diktatoren, die für unsere Feinde arbeiten oder gegen uns arbeiten. Ja? Very easy. Und das kann sich aber auch ändern mittendrin. Solange die Diktatoren für uns arbeiten, sind sie gute Diktatoren. Aber sobald sie sich dagegen schiften und sagen, na, wir tanzen nicht mehr nach heurer Pfeife, sind sie leider schlechte Diktatoren und dann müssen sie auch gestürzt werden. Vor allem sind sie dann erst überhaupt Diktatoren. Vorher sind sie ja nicht Diktatoren. Vorher sind sie Staatsmänner oder Rebellen und dann später sind sie Terroristen. Ganz normal. Ganz normal. Beobachtet, dass so Menschen, die sich so als linksliberal oder grün bezeichnen, so Wörter finden wie antimuslimischer Rassismus oder Islamophobie, um irgendwie zu verschleiern. Islamophobie gibt es. Diese Wörter finden sie nicht, aber sie verwenden sie einfach falsch. Dass man das Kopftuch tragen zum Beispiel nicht kritisieren dürfte. Also überhaupt um Kritik am Islam. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Wenn mir jemand irgendwas erzählt, dass man Kopftuch tragen nicht kritisieren darf. Noch einmal. Misch dich nicht darin ein, was Leute tragen. Halt die Schnauze. Es geht dich ein Scheißdreck an, was ein anderer Mensch trägt. Und was geht es dich an, ob eine andere Frau ein Kopftuch trägt oder nicht? Was geht dich das an? Was geht dich das an? Das ist ihre Sache. Sie soll ein Kopftuch tragen oder eben nicht. Was ist? ...zumachen. Und wenn man dann hört, auch ernsthaft von unserer Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock, dass diese Frau zu Tode geprügelt wurde, aber dass es alles nichts mit dem Islam zu tun hätte, dann fragt man sie schon, oder? Da wird eine junge Frau nochmals zu Tode geprügelt. In einem islamischen Regime von einer islamischen Sittenpolizei, weil sie das Kopftuch oder den Hijab nicht islamisch genug getragen hat. Ja, dann kann man sich fragen, was das tatsächlich mit dem Islam. Natürlich hat das was mit dem Islam zu tun, aber der Punkt ist, ist das wirklich der Islam? Weil du könntest ja auch zum Beispiel irgendwie so in den Vatikan gehen und einfach sagen, ja, wir haben festgestellt, dass Priester, dass katholische Priester Kinder missbrauchen. Also hat das was mit dem Christentum zu tun? Hat das wirklich was mit dem Christentum zu tun? Hat es das? Wirklich? Ist wirklich Kindesmissbrauch, wenn es Priester tun, Teil des Christentums? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, nein. Genauso würde ich das bei irgendwelchen Moslems sagen, wenn die einfach so fucking lost sind und anfangen, Menschen zu unterdrücken und die Religion verwenden einfach als ein Machtinstrument, würde ich sagen, gehört das jetzt zum Islam? Oder ist das eine Politisierung und ein Machtmissbrauch von Islam? Ja, das ist die Frage. Da kann jeder für sich selber beantworten, wie er will. Aber ich für mich beantworte das so, dass ich sage, die Religion, Christentum, die Religion, Islam, Judentum, was auch immer, Buddhismus, ja, alle diese Religionen haben eine zugrunde liegende Idee. Ja, und diese Idee ist mal die Idee und diese Idee kannst du jetzt mögen oder nicht mögen, das ist eine Sache. Was jetzt Leute aber aus dieser Idee machen, ist jetzt eine andere Sache. Das ist jetzt eine andere Sache, ja, weil ich kann ja nicht, was, wie soll ich das, schau mal, wenn jetzt irgendwie die Führung, ja, korrupt ist vom FC Barcelona, da kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen, das ist typisch FC Barcelona. Nein, das ist halt irgendwer an der Spitze, der halt korrupt ist, das ist ja nicht der ganze Club so, weißt du. Oder wenn jetzt jemand Jiu-Jitsu lernt und dann bringt da jemanden um, mit der Anwendung von Jiu-Jitsu, ist Jiu-Jitsu eine Mordideologie, eine Mordkampfideologie, ist sie das? Ich weiß nicht, ich finde nicht, ich finde, du hast noch jemanden, weil damit spricht man die Leute, die Dinge missbrauchen, frei von der Verantwortung. Weil man sagt dann praktisch, ja, die können ja gar nicht anders, die müssen ja so korrupt sein, weil die Ideologie lässt es ja nicht anders zu. Weil dann könnte man ja als nächstes auch hingehen und könnte einfach sagen, ja, Priester, Priester, die Kinder missbrauchen, das ist einfach Teil der Religion, was willst du machen? Nein, ist es nicht? What the fuck? Ja, verstehst du? Alle Marilyn Manson-Fans spielen Killerspiele, ja genau, so, warte mal einfach, ja nein, warte kurz, so, Killerspiele spielen, heißt nicht automatisch, dass du irgendein Massenmörder wirst, warte mal, aber alle Massenmörder spielen Killerspiele höchstwahrscheinlich irgendwann. Okay, tun sie, aber das ist ja nicht die Schuld des Killerspiels, oder? so überhaupt das Wort Killerspiel, fucking crazy. Sagt mal ernsthaft noch, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist Wahnsinn. Also von dem, von dem müssen wir fragen, hat das wirklich was mit dem Islam zu tun und wenn ja, in welcher Form, ja? Wie erklärst du dir denn diese, ja, diese Ungenauigkeit und dass man da nicht, wie du gerade gesagt hast, ganz klar benennt, woran es liegt? Hast du eine Erklärung, gerade was, du hast Frau Baerbock angesprochen, die ja auch für feministische Außenpolitik steht und wirbt, das ist ja ein Widerspruch. Aber schau, man kann es sich auch ganz einfach machen, man kann es sich auch ganz einfach machen und sagen einfach so, Religionen sind scheiße, Menschen, die Religionen angehören, sind scheiße und die Menschen, bla bla bla. Weißt du? Das heißt, versteht ihr, was ich meine? was so, aber da macht man es sich einfach, finde ich. Kann man machen, aber der Punkt ist, Marilyn Manson hören und über Religion reden, ja, ja, das ist, ja. Ich finde, schau, Religion ist etwas Gutes, eigentlich, grundsätzlich, theoretisch, ja. Also, wenn du Religion für dich persönlich anwendest, um näher zu dir selbst zu kommen, ja, dann ist Religion etwas Gutes. Wenn du Religion dafür verwendest, um Menschen zu unterdrücken, deine Macht auszubauen, Menschen zu verblöden, Menschen von der Wahrheit fernzuhalten, Menschen gefügig und dumm zu machen, dann ist Religion scheiße, wenn du sie so verwendest. Aber der Punkt ist, warum verwendest du sie so? Weißt du? Eine Gabel ist auch scheiße, wenn ich jemandem die Augen damit aussteche. Aber wenn ich mit der Gabel ganz normal esse, dann ist sie cool. Es ist halt die Frage, was machst du daraus, ja? Glaube ist Hoffnung, aber die Kirchen sind Menschen gemacht, also Organisationen zur Religion, die sind scheiße. Ja, ja, genau. Das ist auch genau mein Punkt. Das ist auch mein Punkt, ja. Eine sozusagen, eine Institutionalisierung von Religion halte ich für ein riesengroßes Problem und hasse ich abgrundtief und halte ich für ein wirklich, wirklich großes Problem, ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Ist die institutionalisierte Religion. aber die Religion an sich, der Glaube an sich ist etwas, ja, klar, natürlich, das sollst du machen und das ist auch etwas Schönes, ja. Das ist auch etwas, also, ja, wenn es dich nicht stört, wenn es dich nicht verblödet, wenn es dich nicht so zu sagen, weißt du, was ich meine? Was so, das kann auch positive Effekte haben. Da muss man unterscheiden. Oder man ist halt einfach ein simpler Mensch und sagt einfach, nein, Religion immer scheiße, nein, Religion immer gut. so, warum sollte man Dinge so simpel sehen? Es ist totaler Widerspruch und eigentlich müsste sie genau da, diese, aber, aber sie hat auch recht in einem gewissen Punkt, dass die Grünen sich davor drücken, Religionskritik auszusprechen. Ja, das ist auch natürlich ein riesengroßes Problem, dass die Linksliberalen sich jedes Mal, wenn es Siegen einen Übergriff gibt aus anderen Religionsgemeinschaften, dass sie immer so einfach wegschauen und so tun, als gäbe es die Probleme nicht. So finde ich auch lost. Außenpolitik ja machen, von der sie die ganze Zeit redet. Aber man hat eben als Grüne und als Linke jahrelang dieses Bild irgendwie geprägt, dass in Deutschland vor allem Muslime eine sehr diskriminierte und vor allem auch von Rassismus sehr betroffene Gruppe ist. Ist auch so. Das ist eine Tatsache. Es gibt keinen Moslem in Deutschland oder sonst wo in Europa oder im Westen, der nicht schon eine Diskriminierung erfahren hat, weil er ein Moslem ist. Dieser Mensch, vor allem, wenn man es ihm sozusagen ansieht, an der Hautfarbe oder so, wenn es POC-Menschen sind, die so Araber oder so, die werden alle diskriminiert, weil sie Moslem sind. Alle. Fucking alle. Das ist eine Tatsache. Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Nun leugnet niemand, dass diese Menschen Rassismus erfahren und vielleicht auch deswegen, weil sie ein Kopftuch tragen. Aber dann reicht auch das Wort Diskriminierung. Das bedeutet ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Aber daraus antimuslimischen Rassismus, was ein komplett falscher Neologismus schon ist, zu konstruieren, zeigt einfach, dass die da eine Sache auf... Aber wieso? Dann kann man ja Antisemitismus auch, nach Dialoge kann man Antisemitismus auch Diskriminierung einfach nennen. Warum soll man nicht sagen Antisemitismus, wenn es das ist und wenn es einfach eine Feindlichkeit explizit dem Islam gegenüber ist? Wieso soll man das nicht... Wieso soll man das nicht sagen? Verstehe ich nicht. Vor allem, ich würde mal sagen, ich würde zum Beispiel mal folgende Sache sagen, wenn es um Religionen geht, grundsätzlich, ja? Wenn wir einfach das so betrachten, Religion, würde ich einfach sagen, es gibt eine ganz einfache Faustregel. Wenn du eine Religion hast und anderen erzählen willst, wie sie zu sein haben, machst du irgendwas falsch. Deine Religion sollte dich betreffen und nicht andere. Wenn du eine Religion hast und anfängst, herumzulaufen und anderen zu sagen, trage ein Kopftuch, trage kein Kopftuch, trage ein Kreuz um den Hals, trage kein Kreuz um den Hals, trage das, trage das nicht, was weiß ich, ist das, ist das nicht, bete so oft oder bete nicht, dann machst du irgendwas falsch. Okay? Dann machst du fucking etwas falsch. Dann machst du einfach etwas fucking falsch. Und weil Religion ist etwas, was dich betrifft, einen Austausch zwischen dir und Gott. Du solltest irgendwie sozusagen dich mit Gott verbinden und einfach das mit Gott klären und dich an die Dinge halten, an die du glaubst. Das ist doch eine gute Sache, ich habe nichts dagegen. Aber sobald du anfängst, anderen vorzuschreiben, woran sie sich zu halten haben, bist du zu weit gegangen, Bruder. Bist du viel zu weit gegangen. Ja, kein Gott hätte das gewollt, dass du dich so gegenüber anderen. Weil ich meine, wenn Gott allmächtig ist und der Mensch einen freien Willen hat, woran ich nicht glaube, aber wenn Gott allmächtig ist und der Mensch einen freien Willen hat, dann lass ihn doch einfach seine Sünden machen oder beziehungsweise seine Sünden nicht machen. Lass ihn gläubig sein oder nicht gläubig sein. Gott hat das zugelassen, dass es Ungläubige gibt. Lass ihn ungläubig sein, weil das ist ein scheiß Problem. Was mischst du dich ein? Bist du Gott? Ja, du glaubst an Gott und jetzt machst du dich selbst zu Gott. Und das ist das Problem. Das ist immer das Problem. ...blasen und diese Menschen als Opfer einfach in eine Ecke stellen und aus der kommen sie jetzt eben nicht mehr raus. Und jetzt können sie auch nicht gut erklären, warum es in Deutschland irgendwie super ist, wenn Menschen ein Kopftuch tragen, aber dort nicht. Also dieser Zusammenhang geht nicht auf. Weil das ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass es genau da ist. So, Entschuldigung. Ich muss das vorlesen. DemiX hat 8 Euro reingehaut. Ich bedanke mich vielmals. Dankeschön DemiX. Ein Döner zum heutigen Berliner Inflationpreis. Hab das erste Mal die Möglichkeit, nach langem YouTube und Podcast verfolgen, auch mal hier einzuschalten. Grippe, sei Dank. Vielen Dank für all dein Content. Danke dir für die Unterstützung. Danke DemiX. Ich hoffe, es gefällt dir. Dankeschön. Diese Reaktionen gibt von eben jungen Frauen, die sich hier in Deutschland, einige mit Sicherheit freiwillig, manche vielleicht nicht ganz so freiwillig, fürs Kopftuch entschieden haben. Aber ganz offenbar, also das ist zumindest mein Eindruck, auch nicht unter, also nicht wirklich überreißen und verstehen, was der Unterschied dazu ist, wenn du das hier in Deutschland machst und wenn du es im Iran machen musst. Genau, und das irritiert mich auch am allermeisten. Also dann kommen so Postings vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so von so einem Jugendkanal, das hat alles nichts mit dem Islam und dem Kopftuch an sich zu tun und die verstehen nicht, das ist natürlich... Das ist ja auch so zum Beispiel eine Frage. Hat das Kopftuch was mit dem Islam zu tun? Weil Kopftuch als solches kommt ja nicht vor im Koran. Das Kopftuch kommt ja nicht im Koran vor, das kommt nur in den Haditen vor. Das heißt, soweit ich weiß, vielleicht stimmt das auch nicht. Ich glaube, dass das einfach so nicht vorkommt. Und das Kopftuch ist ja grundsätzlich so eine Sache, dass es das Kopftuch gibt, das Kopftuch gibt für Moslems, für Christen, für Juden, für alle möglichen Leute. Also in allen möglichen Religionen gibt es irgendwie Kopftücher, sage ich jetzt mal. Der Punkt ist nur, wie geht man halt damit um? Ist das jetzt wirklich ein Befehl von Gott und wenn es ein Befehl von Gott ist, kehren wir wieder dorthin zurück, dass wir sagen, wenn das ein Befehl von Gott ist, dann lasst die Gläubigen oder Ungläubigen das machen oder eben nicht machen und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. So einfach ist das. Wenn eine Person sich hinstellt und sagt, ich habe Angst vor Gott, ich möchte ein Kopftuch tragen, okay, mach das, wirst du schon sehen, was du davon hast. Oder wenn eine Person sagt, nein, ich glaube nicht an Gott, ich möchte kein Kopftuch tragen, okay, wirst du schon sehen, was du davon hast. Es ist dein Leben, bitte entscheide dich. Was sage ich dir? Was habe ich dir zu sagen? Keine Ahnung. Was in Deutschland in Ordnung ist, als Frau sich für entscheidend, ein Kopftuch zu tragen. Aber das ist ein zynischer Vergleich. Ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin gehabt. Ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, die hat ein Kopftuch getragen. Und die hat sich die ganze Zeit aufgeregt, dass Leute so tun, als wäre sie eine unmündige Person, weil sie ein Kopftuch trägt. Und sie hat einfach die ganze Zeit gesagt, mich pisst das so extrem an, weil ich möchte ein Kopftuch tragen. Ich mache das freiwillig, ich mache das gerne, ich mag das so. Okay. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihr jetzt sagen, nein, du bist unterdrückt. Komm schon. Du bist einfach unterdrückt. Hau einfach das Kopftuch weg. Befreie dich. Wer bin ich? Trag doch das Kopftuch. Ist doch mir egal. Ist ja nicht mein Kopf. Ist dein Kopf. Schau mal, ich trage eine Haube hier einfach, wie so ein Gopnik. Ich bin wirklich heute ein Gopnik. Mit diesem Adidas-Ding und mit dieser Haube bin ich echt ein Gopnik. Unrasiert bin ich auch. Ja, Alter, zieh dich halt an, wie du dich anziehst. Ich gehe auch nicht zu Anna Schneider hin und sage einfach so, dieses Make-up, das du da mit einer Spachtel aufgetragen hast, schaut einfach ekelhaft aus. Was ist das? Und diese Haare einfach, was hast du mit denen gemacht? Wieso lässt du deine Haare nicht so oder so? Warum schneidest du sie dir nicht? Das würde dir besser stehen, wenn deine Haare nur bis daher gehen würden und du so ein Ding hättest. Das ist deine Sache. Ich verstehe nicht. Auf den Iran anwendet, weil da sterben Frauen gerade darunter. Und diesen Zusammenhang eben zu leugnen und dass es natürlich etwas mit dem Islam zu tun hat, das ist wirklich, da muss man schon solche Gehirnverrenkungen hinlegen, glaube ich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Bleiben wir nochmal bei den Gehirnverrenkungen. Das sind ja zwei verschiedene Gruppen. Vielleicht müssen wir das etwas aufteilen oder unterscheiden. Denn du schreibst in deinem Text Deutschlands Vokuvohlfühlfeminismusblase, was für ein schöner Satz. Das ist natürlich das eine Lager, aber es gibt ja auch eine große Solidaritätsbewegung. Na schau, ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und könnte ja auch so sagen, was hast du dich so aufgebrezelt, wenn man es in Wien sagt. Verstehst du? Der Punkt ist einfach so, wieso hast du da so viel Make-up einfach im Gesicht, dass ich einfach dein Gesicht nicht mehr sehe? Was ist das für ein Scheiß? Verstehst du? So tue ich aber nicht. Ich sage, mach doch mit dir, was du willst. Ich könnte sagen, du bist unterdrückt, weil du folgst gegen deinem Schönheitsideal der Medien aus den 80er Jahren, dass man sich einfach so schminken muss, weil das einfach besser im Fernsehen ausschaut. Und außerdem sind Frauen gezwungen, die ganze Zeit dünn zu sein und damit es sich im Fernsehen einfach besser verkauft, damit es einfach fotogener ist und besser für die Kamera und bla bla bla. Verstehst du? Jetzt könnte ich einfach die ganze Zeit anfangen mit dem Ding zu einem Scheiß. Aber wozu? Du hast einfach die Freiheit zu leben, wie du willst. Ich mische mich bei dir nicht ein, mischst du dich bei anderen nicht ein. Das ist alles, was ich sagen kann dazu. Deutschland, wir haben das gesehen, viele Menschen sind auf... Warum trägst du deine Hand die Jacke auf links? Das ist keine Jacke, das ist Sabibo. ...die Straße gegangen, da muss man ja sehr vorsichtig differenzieren. Deine Kritik richtet sich ja nur an das eine Lager, oder? Natürlich, absolut. Und ich finde das absolut fantastisch, dass da so viele Menschen auf die Straße gehen. Und das geht ja nicht, außerdem nicht mal nur um Frauen im Iran, sondern es sind ja auch ganz viele Männer dabei, denen die Unterdrückung auch sonst wo steht. Und eben da bin ich halt trotzdem... Ja, aber das sind die gleichen Leute. Weißt du, was das Schlimmste ist bei dieser ganzen Geschichte? Diese Leute setzen sich jetzt dafür ein, dass die Unterdrückung gegenüber Frauen im Iran aufhört. Wenn ich sie jetzt aber fragen würde, Jo, bist du gegen das Patriarchat? Würde sie mich auslachen und sagen, Patriarchat gibt es nicht. Das ist einfach, was passieren würde. Verstehst du? Das ist einfach fucking, was passieren würde. Und das ist einfach das, was ich nicht mag. Das ist einfach das, was ich nicht mag. Das ist das, wo ich da stehe und mir einfach denke, so, yo, wobei. Noch mal echt beeindruckt. Mir fällt das negative Wort zu beeindruckend ein, wie man... Fassungslos? Ja, fassungslos. Und noch mal, dass auch Annalena Baerbock das über die Lippen bringt, das zu sagen, das hängt nicht miteinander zusammen. Aber hier geht es einfach nur darum, Linke zu bäschen. Aber zumindest unterscheiden sie jetzt in Linke und Linksliberale. Ich bin so dankbar. Zumindest sagen sie Linksliberale, hey, wir haben große Schritte nach vorne gemacht. Großartig. Das ist doch so blind. Ich meine, wir kennen alle Ahmet Masur und wirklich Menschen, die sich damit auskehren, die seit Jahren predigen. Freunde, ihr sogenannten Liberalen im Westen, hoffiert da den Islamismus, wenn ihr da Sachen in Ordnung findet, die in anderen Teilen der Welt einfach nur für die Unterdrückung der Frauen stehen. Und die wurden nicht gehört. Bis jetzt. Und jetzt hoffe ich eigentlich, dass das ein bisschen aufbricht, aber ich sehe es nicht, weil passiert ja nach wie vor. Deinen Beitrag hast du auf jeden Fall geleistet. Dein Text ist nachzulesen auf welt.de bei den Kollegen von Welt Online. Und danke für deinen Besuch und deine Zeit im Studio, Anna, Gerd. Ja, ja, ja. Übrigens, da setzt sie sich jetzt gerade für die Freiheit von Frauen in irgendeinem x-beliebigen Land ein. Bei uns hier leugnet sie natürlich das Patriarchat. Und vor allem ist sie natürlich gegen die Arbeiter. Natürlich ist sie eine Vollkapitalistin, die einfach vollkommen gegen die Arbeiterklasse ist. Das ist einfach, was sie ist. Aber sie ist gegen Unterdrückung natürlich selbstverständlich. und findet einfach, dass Linksliberale doppelmoralisch sind, ja, während sie selber natürlich nicht doppelmoralisch ist, natürlich. Was? Was für ein Witz. Was für ein Joke. Okay, ist eh schon vorbei. Okay. Ja, halte ich für einen Joke das Ganze. Ja.